Nein! Ja! So, jetzt geht's ab mit den Mighty Muchachos. Hier haben wir die Meute. Ja, Deku ist leider auch mit dabei. Und Trey ist leider auch mit dabei. Leute, die ich gleich ganz schnell hinter mir sehen möchte. Ich glaube, die werden uns auf jeden Fall gut wegnusbern zwischendurch. Kontakt ist an. Treu-Möglichkeiten werden also gegeben sein. Lampadati? Gibt es mehrere Lampadatis? Ist das sowas wie Mercedes? Einfach so eine Marke? Lampadati? Ja, muss ja sein. Lampadati ist so wie Mercedes, ja. Also auch ungefähr gleichwertig vom Preis her. Ja, Trey, du kleine Arschratte! Nächste, ich habe es auch gesagt. Arschung, ich sind sie da. Ja, wie explodiert man hier? Wo geht's hin eigentlich? Fahr doch weg! Ladies, lasst mich durch! Wo ist Marvin? Ich bin hinter dir. Oh. Was, du dich hast wieder? Ah! Wie kann man wirklich explodieren? Wie geht's? Marvin ist langsamer als ich. Richtiger Arschpirat! Wie explodiert es? Oh mein Gott. Ja, bei mir ist es leider sehr, sehr hart am lecken. Super, super hart. Ja, extrem hart. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Ich check das mal eben. Hä, das ist aber richtig mehr. Du, wir streamen ja nur mit 6. Also du jetzt, nicht ich, ne? Aber mit 6.000. Ich check das mal eben. Und du bist nicht bei NVENC, ne? Ich bin nicht bei NVENC und die Leistung ist überall nicht mehr Ansatz auf 100%. Hä? Wir müssen, wir machen mal kurz was anderes. So, wir machen mal kurz so. Ich wollte mich noch runterrauben. Hallo? Hallo? Also du siehst auch, dass es leckt oder was? Ja, ja, auf jeden Fall. Also es leckt. Es läuft nicht, move. Sagen wir mal so. Check das nochmal eben. Ja. Ihr könnt es ja mal versuchen. Ihr könnt es euch nicht zu krass stellen, dann machen wir es so. Wow. Dankeschön, Trail. Dafür. Wollt gerade Mr. Heiko Magic weg, äh, äh, magiken. Aber ich muss sagen, ja, Germany mit so vielen Leuten ist das bestimmt, ziemlich. Herr Martix, Mann schreibt auch, es läuft bei ihm flüssig, dann fang an. Und Martix, Mann, ist es nicht jemand, der uns zulabert, glaube ich. Okay, also ich sehe es bei OS, dass es nicht so schmutz läuft. Oh yeah, Trail! Schluck ihn, Alter! Schluck ihn! In den Hals, Alter! Tief! Hallo? Okay. Kannst du deine Mandeln spüren, Trail? Kannst du deine Mandeln spüren? Nein, Dicke. Oh nein! Was ist mit deinen Mandeln? Dicke, richtiger Versager, ey. Er kann gar nichts. Ja, weil du gerettet wurdest. Gerettet, Alter. Ich habe das alleine gelöst. Dicke, ich schwör dir. Wer war das jetzt hier? Der Jihad oder so? Jihad war das, ne? Wix? Wixi? Dicke, ihr könnt ja gar nichts. Wobbix! Dicke, ich tryhard jetzt. Wobbix auf jeden Fall die Hupe kraulen, Alter. Dicke, ich fahre jetzt einfach mal richtig tryhardmäßig nach vorne. Ich kenne da gar nichts. Ja! Da steht der Russack hier im Weg. Der Kumpel aus Dörferden. Ja! Ah, ich werde dich noch gesandwiched oder was? Oh! Oh ja, Jungs, ich komme. Ja, er kommt aus. Ich komme. Jungs, ich komme! Oh! Nein, nein, nein! Oh, du, ich komme! Oh, das tut mir leid. Oh, oh, Marvin! Oh! Ich hätte einfach rüberspringen sollen. Oh! Oh, du kleine, dreckige Arschratte. Und er hat den Punkt nicht bekommen. Oh, nee. Ich spring jetzt hier rüber. Ah, nee, das mache ich nicht. Nein! Sadada! Wie wiss ich, Hallöchen? Nadada! Traill, ne? Der Traill, Troy, muss man auch erst mal können. Brrra! Oh! Ja! Digga, dass Traill doch auch einfach nichts kann, ey. Traill, dein Arsch gehört sowas von mir. Ja, er wird jetzt die Kurve machen und dabei haue ich ihn weg. Digga, was? Nein! Heiko! Ey! Woher kommt der Hate, Heiko, Alter? Woher kommt der Hate? Alle weiter rufen. Hi, Deko! Hallo! Richtige Kolonne, einfach nur. Okay, wo ist Deko? Ah, da ist er ja. Man hätte mich noch mal träumen können, Leute. So, einmal. Ja! Müll entfernt. Unnötiger Klaxigon-Soldat, Alter. So, ich try hard immer nach vorne. Ja! Dankeschön für den Boost. Er bleibt auch noch drauf, Alter. Was ist falsch bei euch? Oh, yeah. Ihr müsst doch Marvin trollen. Nein! Ja! Hey! Deswegen bin ich langsam gefahren. Digga, ich wurde auch langsam gefahren. Ganz ziemlich hinter dir. Und dann wurde ich gerammt von hinten. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich auch noch was. Einmal bitte fahren. Ja! Ja! Ich habe das gemacht, Alter. Tja. Marvin hat doch noch eine extra Portion gebeten, ne? Der gute Malwasser. Digga, fahrt doch einfach gerade auf. Was ist euer scheiß Problem? Direkt die Joghurtsoße ins Gesicht bekommt. Digga, man hat aber gar keine Chance. Bist du auch noch da? Ich bin auch noch hier, ja. Okay, sehr schön. Fahrt doch einfach gerade auf. Wahrscheinlich bin ich jetzt genau vor dir. Fahrt einfach gerade auf. Oh, ja, endlich. Fahr doch, Trey, du Lappen. Oh. Oh, ja. Oh, ich werde Trey sowas von weg rammen. Habt ihr es beide? Oh, da kommt einer entgegen. Nein! Ich hätte es eh nicht geschafft, weil mir entgegen kam, ne? Ich habe einen Teil vorher verkackt, weil Trey mich gerammt hat. Da habe ich Vollgas gegeben, ne? Scheiße. Renten Sie mich? Käpt'n Konterbier. Ne, Korb Konterbier. Renten Sie mich? Treygas hier. Schwell aufverkackt. Ey! Perfekt. Ganz ehrlich, jetzt noch von anderen Seiten zu kommen, wie asi bist du denn? Wer ist denn der gelbe? Der gelbe Chaco? Ich sehe gar keinen Namen, da. Ey! Oh, ja. Und er macht mir Platz, er macht mir Platz. Ehrenmann, danke dir. Wer ist wieder rammen? Geh, 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 geh. Du musst wieder Marvin wegblocken. Dann mache ich das gleich. Auch kein Ding. Nein, nein, nein. Eine Beschäftigung. Oh, yeah. Oh, yeah. Guck mal. Oh mein Gott, Alter. Ich kann nicht dein Leben. Nein, Dego. Nein! Nein! Kannst du ihn sehen? Kannst du ihn sehen? Nicht dicke Finger? Kannst du ihn sehen, Marvin? Ja! Ein Julio hat es mir auch versaut, aber ich wollte ihn nicht wegkommen. Ja, ja. Lava, komm. Ich muss ja hier, ne? Julio, du dreckiger. Man muss das zu dosieren wissen. Ist hier ein scharfer Burger, schmeckt auch geil. Aber es gibt auch immer einen Zuschauer. Ja! Haha, Trailer ist auch noch verkackt. Der Dreckiger. Okay, die Leute fahren schnell ins Ziel. Oh, komm, Deko kommt zurück und hilf mir, Trailer wegzuknallen. Oh, ja. Mach das liebend gerne. Oh, da braucht man gar nicht, Trailer zu verkackt, ey. Ey, Julio, jetzt beruhig dich doch mal! So. Lass mich hier in Ruhe und Trailer trollen. Ah, zurück, 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 komm! Nein, er kommt! Nein, er kommt! Er kommt! Er schafft es, er schafft es nicht, er schafft es nicht! Nein! Ha! Ha! Nein! Er kommt! Nein! Der hat! Ey! Ey, Julio, du weg, Digga! Digga, was kannst du eigentlich? Ey, wie unnötig Trailer, äh, Julio bin ich weggerammt, wenn ich da auf dem Weg bin, Trailer zu holen. Na, pisst nicht, Julio! Erzähl dich! Lachs ins Gesicht, ey! Ey, ich glaub, wir haben ein Verhältnis zusammen. Julio und Trailer, ich glaub, die, die klien schon wieder am Schreibtisch. Da ist so, da ist so ein bisschen, äh, ich kann das spüren. Da ist eine besondere Männerfreundschaft. Ich glaub aber auch. Eine etwas tiefer gehende Männerfreundschaft. Bist du hinter mir? Eine Männerfreundschaft, die nass geschlossen wurde. Ja. Okay. Guck mal, das ist Trailer. Guck mal, der kann gar nicht, ey. Guck mal, die kicken wir jetzt weg, den Lappen. Richtiger Klachs über den Kopf. Wow! Nein! Trailer ist umgeblieben. Nein! Nein! Deko, wo warst du? Deko, wo warst du? Deko, ich dachte, wir wären Freunde. Aua. Ja, da sind wir auch. Aua. Aua. Ich komm, ich komm zurück und helfe dir. Digga! Kümmer dich einfach um den Trailer, den Lappen! Okay. Ah, da ist er. Oh, ja! Ah, gib mir den Hals! Komm, hinterher da, hinterher, hinterher. Trailer, Vorsicht hinter dir. Nein! Deko macht Selbstmord! Jetzt! Ja! Nochmal im Fall, weil ich's kann, alter! Weil ich's kann! Schnell nach vorne treuern, los! Oh! Ah, ja! Nein! Schade, ich wollte noch wegrahmen. Kuckuck! Aber es reicht nicht! Es reicht nicht! Warte! Papa kommt zurück! Ja! Da können wir Trail 1 zangeln hier! Ja! Oh! Ah, ja! Du, das ist gut! Oh! 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 Wo bist du denn? Alter! No! Ich habe ihn nicht bekommen! Alter! Vier Tage auf! Hallo? Tja, einen auf. was machst du denn da ja hier rüberfahren ich habe jetzt der trail getrollt jetzt zu dir jetzt hier mich treu oder was ist falsch bei dir jetzt kommt gleich den löwen dem möwennnachs ins gesicht ab hier ist die du bist der rückwärts ja skill-duell haben wir gesehen letzten geht ja folgendwerkes gewinnt trail schluck einfach saftigen protein joghurt alter da wissen wir schon mal wer den skill hat hast du gehört wir mal wenn die redet wir sagen ja auch lachs verdient ja ich glaube die haben interesse daran sich zu ihrer männerfreundschule einzuladen okay dann mach jetzt was ich mal daran gedacht das geht ja okay das ist ja richtig hoffnungslos es läuft so und schmuf alles es ist so ultimativ ungeil kann ein bespringen ja ich springe jetzt einfach hier rüber guck mal da ist trail der kleine lampen erfährt ist da lang und was mache ich er macht pro bosser style bruder okay schon ein bisschen aufladen der gedanke der gedanke der wird mir noch einige kalte nächte erwärmen ja so besser hier so ist auch besser hallo er kommt wieder aus dem nichts ne ich mache hier wieder den hier angenehmer doch okay ich wiese mal ich habe noch elf punkte müssen ziel wie langweilig die alle durchgetreuertet sind okay ich muss hier wieder real fahren das funktioniert aber nicht nein i don't like this shit here i don't like this shit here gar nicht okay wird glaube ich wieder interessant okay pro bosser fährt auf jeden fall nicht pro mäßig geile runde gedreht hier alle geile runde gedreht mr wobix ich lass dich da mal liegen ne freundschaft von mir oh nein gerade ausfahren ey julio ist schon wieder ich schwör dir julio wird echt ein bisschen übermütig hier so try hard try hard dieser wobble verzieh dich wobble wobix heißt er nicht wobble oh ey ja als ob ich da jetzt verkackt hier doch oder was ok Marvin hat wieder profi gezogen hier Marvin hat wieder profi gezogen ok full speed da oben gescheppert ok jetzt ja ja guck mal da ist er schon wieder da ist er schon wieder ja nicht mit mir ja ok jetzt einfach hier runter springen ja ne hier äh ne da ganz unten auf der straße musst du auf den boden ja ganz genau ja gut dass wir das geklärt haben wo bist du denn waren drei wurf hinter dir direkt ah das da ist juju er kann nicht ok ich try all das mal nach vorne ne ja da steht jetzt einer im weg ey einfach langsam fahren langsam fahren ja das war mal nichts manu ne das war mal nichts hallo ja ich hab den punkt doch bekommen nice oh ja na trail oh ja oh ja zurück 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 nein nein verkackt ok unentschieden trail unentschieden wo ist wo ist Deko oh wir sind wieder alle vier zusammen alle vier zusammen ok ab gehts jetzt fahr ich extra andersrum und dann fahren sie los ne ja ja ey juju ne juhu 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 hat auch in seinem leben schon so viele männliche liebhaber gehabt alter trail habe ich mehr als überhaupt genommen wow juhu ja ey jetzt chillen sie da die ganze zeit oder was die haben mich auch gerade so zweit abgefangen hier die kann auch noch weghämmern die kann auch noch weghämmern die haben mich gerade schon weghämmert wo du nicht weghämmert wurdest hämmert die doch auch mal weg ey haben sie doch gerade schon nein du soll sie weghämmert ja das versuche ich ja ok los ich kann halt meistens ihre ihre bolzigen haarigen schwitzigen stinkende nüsse gar nicht erst anfassen ja hier lang nein da ist Deko wir müssen trail ficken los ja 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 hahaha hahaha hier ist nur noch Juju die kleine ratte es geht schon mal weiter no other way no other way no other way ach da war das ziel lol hab ich gar nicht gesehen ach so toll ich dachte der parkour geht hier noch weiter schade ja aber das war auch ein schönes rennen hat Spaß gemacht es war zwar natürlich ein bisschen mehr troll als skill ey ich hab richtig scheiße gespielt wirklich ich hab richtig scheiße gespielt ich hab richtig ja ich hab richtig ich hab richtig Vielen Dank.